hallo hier ist wieder euer tag und ich begrüße euch zu einer neuen folge minecraft ja nun geht es weiter mit teil 2 von unserem bush house es ist immer noch keine pflanze nein es ist ein nachname und daher geht es weiter ja wie sind wir jetzt letzte folge gekommen unten die taten mehr gebaut und garage war fertig werde ich jetzt noch eine kleine anmerkung jetzt hier vorne bei der garage blick da mal hin jetzt hier bei diesen ersten fenster hatte ich euch ja gesagt könnt ihr hier so schräg runter machen oder immer das so wenn ihr oma an das hat mir noch ein bisschen gestört was ich jetzt hier gehabt hatte und daher ansonsten man hat sich jetzt auch irgendwie dran gewöhnt dass es so aussieht und da ich lasse es jetzt so machen nur so für euch so weiter geht es mit dem zweiten stockwerk dafür nehmen jetzt einfach mal weiß wolle dann gehen wir jetzt hier an der seite hin das ist eigentlich der gleiche abstand wie unten das heißt jetzt hier an der seite lassen wir zwei also machen wir erst mal zwei blöcke hin danach lassen wir dann zwei blöcke frei sitzen einen lassen zwei frei setzen drei oder dann gehen wir erst mal an der seite dann müssen wir so hier auch wieder erst mal zwei blöcke setzen zwei frei lassen einsetzen zwei frei lassen zwei setzen und dann haben wir in der mitte drei genau so war das so jetzt gehen wir jetzt einmal an den seiten das auf beiden seiten identisch also bei den seiten gleichheit so achten wir darauf dass wir an der seite zwei blöcke haben lassen zwei blöcke frei und dann ziehen wir 1 2 3 4 5 6 7 7 blöcke lassen hier wieder zwei frei und setzen zwei hinten am haus da machen wir erst mal keine fenster hin da lassen wir alles zu ihr wisst wenn ihr euch das einrichtet könnt ihr hinten ihr fenster noch hin bauen vielleicht baut euch noch ein balkon hinten dran und daher lasst es erst mal weg so die seite ist genauso wie die seite das heißt hier darauf achten dass wir zwei blöcke an der seite haben das sind zwei frei und setzen denn sieben denn wieder zwei frei lassen und zwei an dieser seite setzen so das ganze ziehen wir jetzt hoch auf eine höhe und sagen wir jetzt noch darauf denn jetzt 1 2 3 4 5 5 4 insgesamt sind fünf so das ziehen wir erstmal alles hoch um die letzte reihe können wir verbinden und danach gucken wir dann weiter hinten halt erst mal zu ziehen wie gesagt das entscheidet ihr einfach später wenn ihr euch das einrichtet wohin denn noch fenster hinkommen wenn ihr sage ich mal euch das nicht einrichten wollte oder möchte der macht jetzt einfach genauso wie ich vorne mit den fenstern denn einfach hinten auch das ist dann wie immer geschmackssache wie ihr euch das gestalten wollt so hier oben denn jetzt drei schon mal verbinden so dann fehlt uns noch die seite sehr schön so jetzt haben wir alles auf den seiten hoch gezogen das heißt der nächste schritt wäre jetzt erstmal die fenster anpassen da müssen wir jetzt auch achten dass die fenster eine höhe von was hatten wir gesagt drei blöcke drei blöcke hoch die fenster das heißt jetzt müssten wir noch eine schicht wieder runter ziehen das heißt die fenster auf einer höhe von drei sind also jetzt überall noch oben mal die schicht ansetzen haben wir das alles gemacht nehmen wir einfach wieder unsere glasscheiben und setzen die rein hier können wir dann auch erstmal noch zu machen jetzt noch die seiten mit dem glasscheiben ziehen hier die andere seite noch und dann geht es auch schon gleich ans dach für das dach nehmen wir jetzt blaue rolle das heißt wir gehen in irgendeiner ecke das ist jetzt egal welche ich entscheide mich jetzt für diese hier da sitzen wir jetzt erst mal um abzuzählen an der kante hier einen block denn jetzt drüber noch einen block natürlich werde jetzt hier wieder ein block wenn hier wieder einer und hier wieder eine insgesamt müssen wir auch mal nach sechs blöcke hinkommen also jetzt hier mit dieser kante mit gezielt oder ihr fangt hier an dann wären es nur fünf aber insgesamt sind jetzt hier 1 2 3 4 5 6 6 blöcke schräg nach oben das machen wir einfach auf jeder seite das machen wir jetzt auch ganz einfach jetzt wird sage ich mal hier ziehen wir jetzt draußen an der kante einmal links rum dann hier einfach um das dach ist aufgebaut sage ich mal fast wie eine pyramide nur dass wir oben nicht ganz so eine spitze haben das mehr quadratisch ist oder rechteckig eher gesagt und so die erste schicht dann ist hier die zweite also daher macht euch einfach zieht auf einer seite erst mal euer maßstab hoch von sechs blöcken so schräg nach oben und dann könnt ihr da eigentlich immer wieder heran setzen und euch das ringsherum ziehen noch hier schön die ecke mitnehmen ja ihr seht es ist ganz einfach euch wenn ihr euch das schon mal einmal vor vorher hoch macht und nicht gleich immer diese pyramiden und dann wieder einen block schräg hoch setzt nicht dass ihr euch dann am ende noch zählt oder so und dann habt ihr es ein bisschen zu hoch von daher einfach mal diese methode ansetzen so jetzt die vorletzte reihe jetzt noch die letzte reihe und dann wäre unser dach von der höhe eigentlich angemessen so das müssen wir einfach nur noch überall hier zu ziehen so sehr schön so jetzt haben wir es fertig so der eine andere kann jetzt sagen okay das gefällt mir so und er lässt es so aber wenn es jetzt noch nicht gefällt der kann es jetzt noch ändern so wie ich das jetzt noch mal das heißt jetzt schlagen wir hier diese ecken immer weg auf jeder seite dann diese ecke weg denn diese wenn diese denn diese denn diese denn diese denn diese denn diese so jetzt haben wir aber hier immer löcher das heißt diese blöcke tauschen wir einfach aus durch blaue rolle also jetzt einfach diese hier ist ja luft da einfach dann unten so ran setzen dass das denn mit blaue rolle ausgefüllt ist das ganze machen wir ja vier mal auf jeder seite schlag sie erst weg und dann setzte immer an diesen unteren block einfach blaue rolle ran und dann habt ihr das auch ausgeführt natürlich jetzt hier die ecke einfach mal wegschlagen und dann blaue rolle einsetzen ausblenden immer dieses kinect das hatte ich ja jetzt bis jetzt noch nie dass es bei einer aufnahme angegangen ist okay ja ihr seht ich muss es noch nicht mal sagen wenn es geht an naja so jetzt hier noch diese ecke sehr schön ja jetzt wäre es doch fertig so nun muss ich noch an die kiste gehen denn uns fehlt noch ein block material dazu gekommen ist jetzt platz ich einfach mal polierter an die sieht den wir noch dazu nehmen müssten und den benutzen wir jetzt für unsere schornsteine das heißt die ziehen wir jetzt so wir hatten ja die schornsteine auf drei gemacht das heißt die ersten zwei vorne die vorne am haus sind diese ersten zwei blöcke die ziehen wir jetzt nach oben natürlich müssen wir jetzt hier das dach ein bisschen wegschlagen dafür das ganze ziehen wir auf der höhe des daches also jetzt die letzte schicht auf die gleiche höhe ziehen wir denn die schornsteine und darauf platzieren wir an die sieht die dritte reihe hier die lassen wir auf diese höhe hier so dass es denn jetzt hier bei unseren fenstern ein block so darunter ist dann passt das so das ganze müssen wir jetzt noch kontrollieren von der anderen seite ihr wisst die ersten zwei ziehen wir nach oben achten auf dass der dritte denn jetzt hier auf der höhe ist von unseren fenstern das ganze ziehen wir denn jetzt auf die höhe unseres dach ist und dann einfach nur noch polierter an sie drauf setzen und fertig wäre das ganze so dann hätten wir jetzt eigentlich unser haus komplett fertig und nun folgt jetzt nur noch der rest und zwar alles draußen so dafür können wir jetzt diese blöcke die wir verwendet haben weg tun und dann fliegen wir an unsere kiste ran und tun uns mal den nächsten teil so was nehmen wir jetzt denn da das sind das wenn das lassen das das lassen das so hinzugekommen ist jetzt schalter ein schild dunkles eichenholz eichenblätter fichtenblätter eisengitter quats stufe wie blöcke genau das alles kommt jetzt noch dazu bleiben wir stehen könnt euch das mal angucken noch übernehmen die blöcke und so wie beginn erstmal damit wir das schild und den schalter weg haben gehen wir einfach zur eingangstür das heißt jetzt hier bringt er einfach so ein klingel schalter an und dann mit dem schild könnte jetzt den namen wer gewohnt ich würde jetzt mal sagen dann hätten wir eigentlich dieses material schon fertig können wir jetzt weg tun danach geht es an dem baum natürlich wo er steht ist egal das könnt ihr entscheiden wie es euch passt mit der aussicht kleiner tipp von mir ist jetzt aber dass sie darauf achtet dass der baum nicht jetzt über den gebäude an sich rüber steht so wie der schornstein das ist der baum jetzt der baumstamm an sich jetzt nur mit dem haus in einer linie ist sieht von vorne immer am besten ausfindig und so der baum ist denn hier bereit und den ziehen wir also den baum schon ziehen auf eine höhe von 1234 56 blöcke das ganze viermal natürlich nicht so und die müssen nach oben gucken danach nehmen wir den ersten mal eichenblätter und die ziehen jetzt auch noch mal auf eine höhe von 12345678 9 10 10 blöcke hoch ich habe da schon mal angefertigt weil ich musste mir das einfach markieren weil braucht dass sie das im kopf zu merken also müssen schwer so danach besetzen jetzt hier unten einfach nur h2 schichten würde ich mal sagen die noch so aber nicht die ecken die ecken nicht so danach sage ich jetzt einfach mal so frech ziehen wir diese zwei die genungen haben noch mal nach oben also einfach jetzt noch an jeder seite und zwei erhöhen so jetzt achten darauf dass wir an den ecken so machen dass oben zwei blöcke frei sind das ziehen wir ganz so runter so dass unten auch noch mal zwei blöcke frei sind hier dann natürlich auch und dann wäre das ja eigentlich auch schon mal gar nicht nur so ein schlechter baum aber er ist mir noch ein bisschen zu viereckig was machen wir jetzt da wir machen jetzt noch mal hier eine weitere schicht auf ist die gleiche wie an den ecken nur halt vorne natürlich auf jeder seite wenn wir noch die seite und dann wäre der baum fertig so sieht er aus wo könnt ihr denn einen auch hinstellen aber wenn ihr euch euren eigenen baum macht hatte darauf dass der baum nicht unbedingt größer wird als das haus an sich das sollte so beim dach enden beim oberen dach und dann passt das schon jetzt machen wir erstmal das tor bevor wir die hecke machen und die machen wir das tor das heißt wir nehmen jetzt unsere straßen farbe welche ihr verwendet da geht die sind einfach vorne zum tor hin zieht die straße denn von den toren denn an den seiten so bis zur straße nach vorne so danach platziert ihr an den seiten der abstand zum bürgersteig ist euch überlassen denn ich weiß nicht wie jedes maß genommen hat bei euch so an der straße denn jetzt also von unserem auffahr weg runter zur straße bringen wir dann an unserer stelle wo das tor dann entstehen so einen seiten quarts blöcke ran an das heißt diese ziehen ganze auf drei auf drei da bringen wir dann jeweils quarts stufen noch mal an und dann verbinden wir das ganze miteinander mit eisengittern und fertig war unser eingangs tor natürlich könnt ihr euch das auch so machen dass es offen ist das heißt dann einfach so eine seite nach vorne ab bei uns ist geschlossen und so jetzt hier an der seite machen wir auch noch ein tor das heißt jetzt hier an der rechten seite davon lassen wir einfach zwei blöcke frei und platzieren noch mal dreimal quarts blöcke oben dann auch wieder eine stufe platzieren und da machen wir auch wieder eisengitter ran so ihr könnt es zu machen aber ich will es offen lassen dass man auch mal reinkommt das heißt da einfach so nach hinten versetzt eine eisengitter reihe noch mal ansetzen und offen wäre das gut jetzt könnte man nehmen uns einfach mal noch mal ein knopf könnte man jetzt hier noch so ein knopf machen als klingel oder so damit man hier aufmachen kann oder so und dann passt das ganze schon so danach was man jetzt noch machen kann ist jetzt einfach jetzt von unserem tor ziehen wir eine reihe ich verwende da jetzt einfach nicht ein blatt dafür so eine hecke ziehen wir einfach mal eine bestimmte länge das kommt dann auch an wie euch gefällt das ganze dann natürlich nach hinten weg zu unserem haus der abstand den ich jetzt hier habe das wäre jetzt 12345 blöcke dann kommt die hecke ich empfehle euch setzt unter der hecke noch irgendwelche dunklen blöcke da könnt ihr jetzt sage ich mal sage ich einfach mal baumstämme nehmen das kommt einfach kräftiger rüber die hecke wenn da was ist und hinten beim haus achtet ihr einfach hier bei eurer garage hinten dass der abstand 3 ist und dann passt das ganze hier auf der seite wäre das dann wieder eins zwei drei vier also vier insgesamt und beim fünften werden schon die hecke das ganze ziehen wir dann einfach wieder nach vorne und dann verbinden wir das einfach hier mit unserem tor das ganze die ganze hecke ziehen wir auf drei blöcke insgesamt hoch das natürlich hier ringsrum dann könntet ihr jetzt sage ich schon mal die hecke so lassen eine blog reihe wenn euch das reicht ansonsten macht jetzt einfach das finde ich schöner macht die hecke auf zwei zweier dicke natürlich alles auf drei hochziehen das natürlich dann ringsrum das heißt jetzt zieht er einfach noch mal innen drin noch mal eine reihe natürlich das alles auf drei hoch setzen das mache ich jetzt aber nicht in dieser folge weil das dauert so lange und hecke hochziehen das sollte ja jeder hinkriegen ihr wisst einfach denn einmal nach innen versetzt noch mal eine reihe heran setzen das ganze noch drei hochziehen und fertig wäre eure hecke und soviel zur hecke danach geht sie noch ein bisschen in drin weiter das heißt ihr könnt noch ein bisschen am haus platzieren das heißt jetzt hier beim eingang empfehle ich euch so macht dann einfach hier noch ein paar büsche hin so drei hier dann zwei hier dann vielleicht noch hier in der ecke ein bisschen was also das einfach willkürlich ein bisschen was setzen also das ist völlig egal wie ihr euch das macht so ziehen auf der anderen seite wäre auch nicht schlecht könnt ihr auch synchron machen ich sagt ihr habt die ein so gemacht denn da so ja das ist dann euch überlassen ansonsten denkt euch da einfach irgendwas aus und dann passt das so hinten könnte jetzt natürlich auch was dran sitzen aber mache ich noch nicht frei wenn ich ein richtig wie hinten auch noch vielleicht irgendwas machen von daher lasse ich das erst mal noch frei so das ganze aber in der nächsten folge nimmt bei ihnen richtung würde die jetzt schon sehen und so wie eigentlich jetzt zum gebäude an sich ich fliege mal hin wo schon so alles fertig ist dann kann man sich das noch mal ganz so besser vorstellen ihr seht hier die ecke die habe ich auf drei hochgezogene zweier dicke und das ganze sieht ja auch gar nicht mal so schlecht aus warum habe ich das eigentlich auf zwei gemacht weil wenn ihr es nur auf ein macht kann man auch durch gucken wenn jetzt aber zwei macht die ecke sieht man kaum noch richtig gut durch es ist schon wirklich so ein sichtschutz und dann ist man da auch wirklich wenn im grundstück ist so mehr abgeschiedene keiner sieht ich so und das sieht ja auch gar nicht mal so schlecht aus so so viel jetzt in dieser folge haus steht ihr könnt jetzt einrichten wenn ihr euch noch hier draußen und alles fertig gemacht habe und dann könnt ihr da schon einziehen so von diesem haus könnte ich verabschieden einfach mal zu klein ein bisschen winken das brauche ich noch weg hat er den zweck jetzt erfüllt und von daher gucken wir uns ja wir gucken uns das andere an das ist ja schon fertig das sieht einfach besser aus ja so sieht das endprodukt denn aus und so viel dazu ich glaube jetzt habe ich das beim baum noch gesehen oder ja beim baum fehlt noch was wir noch mal dazu hier an den ecken können wir noch mal setzen so dass wir sagen mal ein wartet machen so wir bringen jetzt noch mal in jeder ecke um noch mal eine reihe an so dass wir um jetzt hier auf der höhe ein block haben hier unten noch einen block haben das ganze auch normal rum so jetzt aber jetzt ist unser baum tüfig fertig und so aber trotzdem stellen wir uns jetzt safety dahin so ja dann sage ich einfach mal das war es wieder für diese folge schaltet ein zunächst da machen wir nicht naja sagen ja mache ich die haustour und ja und sage ich einfach nur noch tschüss und schaltet ein zunächst in flügel